Ja, ja, man kann es drehen. Ah ja, das ist super, genau. Aber nicht, wenn du es drehen, sondern du da... Irgendwann fliegt die Kamera ja weg. So, jetzt müssen wir mal orientieren. Da drücken wir jetzt das Stadion. Genau, wir haben hier alles in fußläufiger Nähe. Stadion, das Hauptgelände des KIT, da steht auch KIT drauf. Dann unsere schöne Schlossanlage. Dann natürlich die Einkaufsstraße, die ist ja auch gleich fußläufig. Und der Marktplatz, das Rathaus, das Staatstheater. Und der Zoo wäre auch gut zu erreichen zu Fuß. Deswegen müssen wir unsere Innenstadt-Marketing-Konzeption darauf aufstellen, dass wir im Grunde alles, wozu man in anderen Städten irgendwann mal hinfahren muss, kann man hier zu Fuß gut erreichen. Oder mit dem Fahrrad. Oder mit dem Fahrrad, das ist natürlich optimal, das ist ja klar. Heimat ist, glaube ich, immer da, wo man sich ein bisschen auskennt, sodass man sich doch ein Stück weit berechenbar geborgen fühlt. Und wo man Leute hat, von denen man sich wertgeschätzt fühlt. Und das kann an einem Ort sein, das kann aber auch getrennt an anderen Orten sein. Und was ich immer so spannend finde, ich habe als Kind so Heimatbegriffen als das bis zur nächsten Straßenecke und dann ist das immer so größer geworden. Je nachdem auch, wie größere Freiheitsgrade man sich selbst dann quasi erarbeiten oder entwickeln konnte. Wo kommst denn du her? Du hast so eine schöne Sprache, du redest so wenig ansehen. Ich komme aus Mannheim. Ich kann das auch, wenn es sein muss. Aber ich bin da nicht so gut. Ich habe mir schon Riesland gefahren. Ja! Ja, super.